Ich bin Sandra Aufert und reite Vielseitigkeit. Mein letzter Anruf war meine Freundin, den rufe ich ständig an, weil er andauernd irgendwas für mich machen soll, organisieren könnte oder ich eine Frage habe. Also das geht öfters am Tag so. Mein letztes Foto war von meinem Hund, wie er gerade auf dem Silo-Bein liegt und alles einen Blick hat. Also ab und zu bin ich mal bei Facebook, aber so viel. Ich nutze es mir jetzt zum Telefonieren und meine Nachricht schreiben, gut WhatsApp, aber sonst eigentlich nicht so viel. Zwinker-Smiley. Eher Text-Nachricht. Es ist eigentlich so gut wie immer lautlos, weil mich das nervt, wenn es so immer klingelt. Das ist natürlich Bolo und ich. Da steht drin, welche Turniere ich als nächstes nennen muss, weil ich das auch öfters mit dem Nennungs-Schlussmall verpasse. Mindestens zwei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.